Das war die Mietgesellschaft, die wir bis vor einer Woche beurteilen. Das war die Mietgezahlen eigentlich, da muss man auch ein vernünftiger Mieter sein. Und wenn die einen morgens um halb zehn anrufen, dann hat man gefährlich schon wach zu sein. Ansonsten gibt es nämlich Sprüche, die... Was? Sie sind doch im Bett? Also ich war ja selber mal im Jungenraum! Ja, mein Mitbewohner hat nämlich mal den Fehler gemacht, mir zu sagen, wir waren gestern Abend noch feiern. Und seitdem ist da alles satt und schießt. Naja, auch schön, ich gehe da hin und will so ein Formular aufgeben. Ja, tut mir leid, dass es jetzt einen Tag später ist. Wir waren gestern alle in der Uni beschäftigt. Ja, schreien doch mal alle! Was ist denn so? Und ein Nasenholz. Ich hoffe, es sind heute Abend alle hier die Leute gebeten, dass es sich wieder... Ehe Frau! Hat einen Sohn dabei! Oh, für dich! Genau! Es war gerade... Linder! Alles war... Einfach wunderschön! Wir hatten diese tolle Wohnung! Oh! Alles war irgendwie geordnet! Ja! Ach, die große Linderfunde! Irgendwie war alles ziemlich perfekt! Und ich hätte skeptisch werden müssen! Ich habe das ganze Brille! Nee! Ich war immer noch mal alles! Nee! Das war wirklich! Es ist so warm! Ich habe hier gebucht! Ich bin bettafors! Ich bin bettafors! Es kommt die Kälte, ich spreche meine Zelte an Raus aus dem Bau, in meine Höhe Zu Einbauküche, Heiz und Gott Glauben sie schon, die blühen Zeit Und hallo Frau an deiner Seite Die tronkene Kirche, die Gegner Sieh'n wie schnell flack'n Vom Fenster fliege Hat er Bock aufs Hunde-Schrieb Die dann für dich im Kasten liegt Von den Vermietern, die sind irre Die mich nicht ganz freundlich bitten Verschweck'n schnell aus diesem Haus In zwei Wochen seid ihr raus Das Telefon leitet schon wieder Die Frau bringt mich noch ins Karten Ich weiß nur, warum Gemeinschaften Nehmen sie nicht wie jeder Wenn man nur mitmacht hat Ja, es ist ein Zehn, nur ich fliege noch in den Federn Es ist echt kein Schirm in der Höhe Im Ende reicht dann gestern sogar noch Feiern Dass es nach Pause fährt Die dann für dich im Kasten liegt Von den Vermietern, die sind schon beahrend Die mich kraftfreundlich raten Verschweck'n schnell aus diesem Haus Die zwei Wochen seid ihr raus Ich werde wirklich gerne ordentlich an mir tun. Doch die Sachen mit dem Leeren, die mach ich dann schon selbst. Sie werden das verstehen, Sie sind doch selber auch noch jung. Und dann berufliche Erfahrung und tolle Ausbildung. Und so'n sonniges Gemüt, wenn man sie einfach malen. Auflockende Sprüche, Stress haben wir alle. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus